Leute, wir haben es endlich geschafft! Suuuu! Wurde zum Jugendwort des Jahres zugelassen. Auch wenn die Schreibweise jetzt offiziell siu statt sui ist. Aber das muss man dann halt so akzeptieren, ne? Weil schauen, was unsere Konkurrenz da ist. Gommemode? Äh, hat mich jetzt nicht so überzeugt. Macher? Ja, ist ganz okay, aber vielleicht schon ein bisschen veraltet. Zass! Amogus? Warte, war das nicht schon letztes Jahr da drin? Und dann alle Julian Bam und Rezo Fans? Waltz hat es tatsächlich gar nicht geschafft. Und Peufre auch nicht. Ist das Ergebnis etwa verfälscht? Zass!